Hey Leute, hier ist ein ganz kurzes Infovideo für euch, um zu erklären, warum jetzt ein bisschen länger nichts mal kam. Ihr habt aber bestimmt schon gemerkt, dass seit einer Woche oder so nichts mal kam. Ich würde da kurz drauf eingehen. Ich versuche, sich das Video kurz zu halten. Letzte Woche war ein bisschen stressig für mich und statt Videos aufzunehmen und hochzuladen, so wie immer, habe ich mich beschlossen, Sachen zu machen, die nicht aufnehmen sind. Und zwar, YouTube guckt ganz viel und ich habe auf Twitch sehr viel Fallgeist gestreamt, da ich es neu gekauft habe letzte Woche, glaube ich, war das. Letzte, vorletzte, irgendwie so. Ich glaube, Anfang letzte Woche war das. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Fallgeist gespielt, auch gestreamt auf Twitch und hat sehr viel Spaß gemacht. Und letztes Wochenende kam ja auch die Mario für die Ortside Collection raus, die habe ich schon gestreamt, habe ich sehr viel gezockt. Und dann habe ich auch am Wochenende nichts aufgenommen. Dachte mir aber dann am Sonntag, als ich dann nicht gestreamt habe, wo ich eigentlich auch streamen wollte, dachte ich mir, okay, ich werde jetzt für diese ganze Woche, werde ich jetzt wieder Videos machen. Das war nur eine Woche lang nichts. Und ja, jetzt habt ihr gemerkt, jetzt kam schon länger nichts mehr. Gut, die Woche ist erst zur Mitte durch, aber ich dachte mir, es wird mal Zeit für ein bisschen Aufklärung. Einfach, weil jetzt so lange nichts mehr kam und ich sage ja immer, dass ich mehr oder weniger fast immer daily bin. Und das ist ja gerade nicht der Fall. Warum lag, was lag, wo lag das Problem diese Woche? Sagen wir einfach, es gibt da so ein Spiel, was ich momentan sehr gerne spiele. Und statt meine Videos auf Tele und alles, wie immer, werde ich von Freunden gefragt, ob ich mit denen mitspielen will. Und wenn so viele Freunde von mir auf einmal das mit mir spielen wollen, dann kann ich nicht Nein sagen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ein bisschen Pause zu machen. Wenn ich das Spiel spielen sollte, dann nicht mehrere Stunden, nur wie sechs Stunden am Tag oder so. Und ja, das ist basically eigentlich it. Also, falls diese Woche keine Videos mehr kommen, dann wisst ihr ja warum. Vielleicht werde ich aber auf Twitch noch streamen, wahrscheinlich schon. Am Wochenende war auf jeden Fall wieder Mario. Und vielleicht streame ich Among Us und Fall Guys. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haut rein und schönen Tag noch. Bye!